Hallo und herzlich willkommen wieder bei DevilTV, hier ist euer Pit und wir machen einen kleinen Nachmittagszock mit Uncharted 2 Among Thieves aus der Nathan Drake Collection für Playstation 4. Demnächst werden die Teile auch einzeln für Playstation 4 erhältlich sein, damit man sich nicht unbedingt die ganze Collection kaufen muss, aber man kann eigentlich bedingungslos die ganze Collection empfehlen. Ich sage eigentlich wegen dem ersten Teil, den ich wirklich hatte wie die Pest, aber der einfach zur Geschichte noch ein Stück dazugehört und den man einfach erstmal durchspielen kann. Und den sollte man auch wirklich zuerst durchspielen, denn nach dem zweiten kann man den ersten eigentlich nicht nochmal anfassen. Und der dritte ist ja auch nochmal besser als der zweite und der vierte ist irgendwie eine ganz eigene Sache und over the top, also völlig. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Streamen, euer DevilTV Team, behaltet unseren Channel und den Nasty Scream Channel heute noch im Auge, da werden bestimmt noch einige Streams heute folgen. Zum Beispiel auch noch heute Abend Rise of the Tomb Raider, da geht es natürlich weiter. Und wir wünschen euch viel Spaß. Und wir wünschen euch viel Spaß. Und wir wünschen euch viel Spaß. aha da kommen wir ja niemals rüber was hast du da so die pate bett was dann viel glück kumpel das klappt wie du hast es geschafft gut klar schwingen wir uns mit diesem 70 jahre alten sei rüber hoffentlich weißt du wo du hingehst genau das habe ich auch gedacht Oh, Mann. 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 Oh, oh, oh. was soll die eile hallo das sind schneeschuhe keine laufschuhe noch mehr wölfe fantastisch das hast du gefunden es schon eine ganze weile tot jetzt in der mann ist ein das muss einer von schäfers mannern den sinnlos Okay, ich helfe dir hoch. Ja, ja, ich kann leider immer noch nicht. Ich zuerst was? Okay. 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 Ah, dear. Das war's für heute. 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 Tenzin, stell dich auf den anderen Hebel! Ja, dann geht's mit dem Weg. Ja, sagst du so leicht. 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 Das war's. 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 Okay. Das war's. Das war's. Das war's.